In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, hat Laura eine Idee. Paris war für Laura im Grunde ein Desaster. Denn wie ihr bereits wisst, hatte sie in der Stadt der Liebe einen Plan. Geldwäsche. Von den 10 Millionen Euro, die sie den Krypto-Betrügern abgenommen hatte, schummelte sie 1,5 Millionen an der Polizei vorbei, um in Paris anonym eine wertvolle Bleistiftzeichnung eines bekannten Künstlers zu kaufen. Das Werk wieder zu verkaufen, hätte ihr die Summe später legal zurück auf ihr Konto gebracht. Die Kryptotypen haben das Geld geklaut. Ich habe mir nur genommen, was mir zusteht, versuchte sich Laura zu erklären. Und weiter. Ich war in diesem Flugzeug, die wollten uns sterben lassen, die haben all diese Menschen sterben lassen. Das ist Schmerzensgeld. Von dem Geld wollte sie ein Haus für sich und John kaufen. Doch dann kam ihr Emily in die Quere, bzw. jener Auftragskiller, den Sascha in Paris verfolgt. Tatsächlich opferte Laura den gesamten Inhalt ihres geheimen Geldkoffers, um ihrer Schwägerin das Leben zu retten. Doch Laura wäre nicht Laura, hätte sie nicht einen Ersatzplan parat. Laura hat schon einen Besichtigungstermin, Laura will mit John weg aus der WG ziehen. Und sie hat sogar schon einen Besichtigungstermin für eine Wohnung ausgemacht, die sie im Internet gefunden hatte. Die Wohnung ist perfekt für uns, freut sich John nach einer spontanen Besichtigung. Seine Reaktion überrascht. Schließlich wohnt er gern mit seinen Geschwistern Emily und Philipp zusammen. Wir sind gespannt, ob er wirklich ausziehen wird.